Ja, das ist wichtig. Übrigens, man muss nicht mehr die hässlichsten Klamotten anziehen, weil die Rüstung nicht mehr von den Klamotten abhängig ist. Was ich sehr gut finde. Was soll ich gedrückt haben? LB? Ja. Äh... In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsetzen hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja. 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 Blablabla. Hektisch in den Bildschirm... ...um die Wache abzulenken. ...Steel vor Substanz. Gut. Jetzt schalt ihn leise aus. Das hat wieder nichts passiert. Das hat wieder nichts passiert. Warum nicht? Wieso dreht der sich so früh um? Muss ich vielleicht warten, bis er ganz zum... Hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. ...zu lenken. Konzernports. Steel vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay. Okay. Er gehört der. Schalt ihn ab. Ach. Hä? Warum klappt das nicht? Bin ich denn zu blöd? Hektisch in den Bildschirm. Um die Wache abzulenken. Um die Wache abzulenken. Konzernports. Steel vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay. Er gehört der. Schalt ihn ab. Ach, mit X. Alles klar. Ich weiß, was mein Fehler ist. Weil ich gerade eben Resident Evil gespielt habe, wollte ich das mit einem falschen Knopf machen. Das erklärt's natürlich. Hektisch in den Bildschirm und... Wache abzulenken. Konzernports. Steel vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Was? Ach so. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Hä? Hä? Warum geht das nicht? Kann man das mal verraten? ich soll den da rein schmeißen aber es geht irgendwie nicht fallen lassen ist x ach so gedrückt halten alles klar okay jetzt erledige ihn in einer flüssigen bewegung bist du bereit ein paar tippen in echtzeit zu hacken viel spaß ja ich hatte jetzt die ganze zeit den falschen was mit quick hacks la 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 jetzt sind die granate was die granate ausführen warum hat das jetzt wieder nicht von aja dumm gelaufen hat einfach nur moment gedauert hallo also das aber neu das gab es früher nicht zum hacken eines netzwerks musst du dessen code sequenz nachbilden nachdem du zeichen aus der code matrix auswählen indem du die von dir gewählten zeichen sind im puffer sichtbar okay das breach protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven zelle okay würde ich ja gerne ach so das war jetzt nicht so schwierig einfach herrn ausschalten und befehle befolgen wie ein guter militech wachhund meiner weisen für gar nicht schlecht der militech algorithmus hat dich gut gefordert ich habe hier weitere module wenn du noch etwas trainieren willst oder du hörst jetzt auf ich würde noch mal hier die krank die haben wir ja hier stellt die machen wir noch okay zuerst widmen wir uns deinem schleichtalent die die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter zum nächsten Bereich Ja, ja Okay, jetzt geht's gegen die Geschütztürme Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera Ach, halt die Fresse Hast du gut gemacht Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken Dann sind wir dort Okay, machen wir die auch noch, dann haben wir vier von vier Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf Drücke RT um einen schnellen Angriff, okay Schnellen, drücke RT Meine Komboschne, drücke RT, wären, okay Okay, haben wir gemacht Halte RT gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen Und lasse er, okay Kostet sich Ausdauer, schnell und schwere Nahkampfangriff, verbrauchen Unterschied ist, ist klar Ach, jetzt meinst du dich wehren zu wollen Ja, das ist eine Abwehrhaltung Greif ihn an, um sein Um zu sehen, okay Schauen wir die Schwierigkeit von leicht auf normal Der nächste Trottel kann blocken Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner Keinen Schaden hinzu, nur schwer, okay Halte RT gedrückt, um die, okay Wird jetzt ein bisschen langweilig Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen Halt, äh, RT Okay, RT Jeder Angriff, den du blockierst, kostet dich erst klar Kann da ein Abwehr, ja, ist klar Oh, Mann Den Fjahr, wollte ich sagen, ich habe doch geblockt Drücke bei einem eingehender Angriff RT, um kurz vor dem Umgang Achso, okay Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zusteckt, aus dem Gleichgewicht Nutzt das, um einen Konter zu landen So, das war das Okay Okay, L und E Ich mag irgendwie, wie das klingt Scheiße Jetzt weich ihm aus, wie Ich will, dass seine Faust nur Hä? L und B stand da doch, oder nicht? Ach Sag mal B und L, das ist mal andersrum Ah, er ist mal weg Ach Wieso klappt das nicht? Achso Oh, Mann Okay, hat das nicht klappt Okay Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junge Novize Ich kann dir nichts mehr beibringen Zeit für deine letzte Krise Weiter geht's mit Nahkampfwaffen Nimm dir ein Schwert Na dann Ein Schwert Können mit Nahkampfwaffen wir nicht Achso War's das? Gut Zeig mir, was du gelernt hast Du bist mit deiner Du bist mit einer Reihe von Waffen Und einem Cyber-Wertig aus Du triffst nur auf eine Reihe Verschiedener Gegner, die du aus dem Training kennst Okay Okay So, du Arsch, es reicht. Super, du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glückwunsch. Danke dir. Nicht schlecht, oder? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Okay. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug, hier lang. Ich soll wohl drücken, was? Ich bin eingesteckt, genau. Ziel heißt Sandra Dossett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Das ist auch ein Stier, ne? Er marschiert aber auch richtig straight aus. 1237. Ziel müsste drinnen sein, aber ich sehe ihren Biomon nicht. Hoffe wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, W? Ich kann's versuchen. Warte mal. Ähm. Hallo? Wieso? Was? Wenn ich... äh... RB, ja. Ab jetzt leise. Waffe ziehen ist Y. Dann tun wir das mal. Einfach aus reiner Voraussicht. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Da ist nix zu holen. Ich weiß es doch nicht, ob sie das ist. Ey, die hier ist es nicht. Whatever. Sandra Dossett ist geschützt gemäß Echelon 2-Konzerne-Monität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Cetatel-Grepos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sieh also nicht. Suchen wir weiter. Und das Loot-System hat sich auch gewaltig verändert. Äh, weil man nicht mehr allen möglichen Scheiß auseinander...